Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Runde Final Fantasy 10 HD Remastered. Wir sind im Tempel von Josie angekommen. Dann... Ja... Sie können nur die Fienden sie bekommen, aber nicht so viele so schnell. Entschuldigung, dass ich mehr weiß, aber... Sieh auf deine Rückseite. Nicht viel Zukunft für einen Guardian ohne einen Summoner, oder? Was? 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 Was haben alle gesprochen? Wir sprechen über deine Arbeit als Guardian. Hey, ich mache gut. Right, Big Brother? Ah... Please be careful. Will do. Alles klar, wir werden schon... Was? We're leaving! Be right there! See ya! Wir passen schon auf Jonah auf. Ihr wird schon nichts passieren. The cloister of trials lies within. Are you prepared? Ja, sind wir. Ja, sind wir. Und dieses Mal dürfen wir das erste Mal legal in den Tempel rein, weil wir jetzt Leib gerade sind. Alles klar. Willkommen im Tempel von Jose. Der ist eher so strombasiert aufgebaut. Ist aber auch einer meiner Lieblingstempel, wie ich ihn nennen würde. So. So. geht die Tür jetzt auf und ab. Ja, hier sieht man schon, worauf das Ganze hinausläuft. Wir müssen nämlich jetzt hier dieses komplette Zeichen aktivieren. Dafür brauchen wir eigentlich nur dieses Spheorin von Jose. So. Einmal hier. Fangen wir erstmal mit dem, meiner Meinung nach schwierigsten an. So. Das wäre aktiviert. Jetzt wieder ein wundervolles Altar verschieben. Na. Und zack. Da kommen wir jetzt ran. Also einmal hier über zwei Lichtstellen. Ja. Und der Altar ist wieder hier. Und wir können den... Na. Hallo. Diesen geladenen Zuri von Jose nehmen. Und ich meine, der musste hier rein. Ich bin mir grad nicht sicher. Ja. Dadurch geht die Tür jetzt auf. So. Jetzt wird's lustig. Die bei uns verreden. Kommen hier links und rechts rein. Nein. Nicht das Loch. Äh. Nicht das Loch. Das ist jetzt so geeseit. Oh mein Gott. Okay. Jetzt fähre ich da rein. Und jetzt. Den Altar. Einmal hier rüber bewegen. Und in das Loch hinein. Fluch. Und. Und. Zack. Jetzt schwebt er da. Und. Ja. Was machen wir logischerweise. Einmal drauf hüpfen. Und weiterhüpfen. Und wir schieben den Altar rein. Und ja. Was machen wir logischerweise. Und. Dadurch ist schon mal das in der Mitte. Fertig. So. Jetzt werden wir uns aber wieder Zeit verreden. Nicht wahr. Ja. Ganz einfach hier wieder drauf gehen. Und der Altar ist wieder da. Ähm. Kumpel. Danke. Der kommt jetzt hier wieder rein. Das Auge ist da. Ja. Den Spheroid wieder rausnehmen. Und wir müssen jetzt zurück latschen. Und zwar ganz zurück. Und hier. Die Spheroid rein tun. Zack. Jetzt ist es eigentlich schon ein Kinderspiel. Eigentlich nur das letzte. Ist. Der hier. Den können wir als Gefahrlos rausnehmen. Das wird ja zugehen. Aber. Das ist jetzt der einzige Story den wir noch haben. Deswegen müssen wir den nehmen. Und zwar kommt der jetzt. Genau hier an die andere Seite. Und der Tempel ist Corsico geschafft. So. Und der Aufzug ist erschienen. Damit geht es jetzt einmal nach oben. Ja. Einmal nach oben. Und jetzt müssen wir hier nur noch die ganzen Teile reinschieben. Mehr ist es schon nicht mehr. Das sind die Halterprüfungen des Tempels von Josie. Ich weiß nicht so. Ich habe jedes Mal das Gefühl ich kann hier irgendwas verkacken. Aber. Es ist nicht wirklich möglich. Wenn du diesen schwersten Schritt als erstes machst. Dann war es das eigentlich schon. So. Wir haben hier nen Altar. Aber. Wir gehen jetzt schon mal runter. Weil wenn wir jetzt die Treffer rauf gehen würden. Wäre es schon vorbei. Denn. Nämlich. Wenn wir jetzt hier. Sehen. Hier leuchtet etwas. Symbol berühren. Es öffnet sich. Und wir bekommen hier. Den Spheroid Fraktura. Ja. Wir haben auch noch hier nen geheimen Schatz zu holen. Also. Dann. Jetzt können wir hier schon noch rauf gehen. Und den Spheroid hier reinsetzen. Und Löwand geht kaputt. Und wir haben den geheimen Schatz auch schon gefunden. Geheimer Schatz vom Tempel von Josie. Ein Magie Spheroid. So, jetzt können wir hier hochgehen. Und wir sehen, wie Yuna eintritt. Was man jetzt sehen kann, wie die Tür hier aufgeht. Aber versuchen reinzukommen. Kloppt leider nicht. Was ist es, Barthello? Sie wissen, das Riff Raff? Sie sind... Oren, nicht? Was ist das? Ich kann... Ich schicken dir die Hand? Oren. Nein, Herr Oren. Sie sind die Grund, dass ich ein Gartier geworden bin. Sie sind... Vielen Dank, Herr. Das bedeutet so viel für mich. Sie sagen, der persönlichen Gartier, der Lord Brasca, Riff Raff? Und Sie sagen, sich ein Summoner? Hm. Oh, oh. Und wir hören das Lied der Astra von Josie. Ja... Ja, wir sollten mal nicht aufpassen, wo man hintritt. Ja, keine Sorge, Ludo. Warum? Ja. Das kann man jetzt einfach beschleunigen, als man hier in Hamlet geht. Und Jonas ist fertig. Der Welt muss sich anders sehen, wenn du die Frau von Lord Brasca bist. Das hat nichts mit meinem Vater zu tun. Ich gehe auf mein eigener, als ein Summoner. Oh, ist das so? Ja. Dann versuche ich, auf deinen eigenen zwei Legen zu stehen. Deine Gartier werden dich nicht beschleunigen, wenn die Zeit kommt. Oh Gott, ich kann sie ja gar nicht leiden. Und die Gebete wurden erhört. Eine neue Bestie wurden erhalten. Und zwar Ixion. Das ist ein Schöne. Das ist ein Schöner. Oh Gott. Ich kann das auch sagen. So, das ist ein Schöner. hier bin ich zu reden können wir sehr gut und ich meine hier drin war auch noch etwas ja einmal den wechselspieler kann eigentlich mal hier kommen wir schon mal ganz kurz hier drüber also für welche nicht machen können aber bevor wir jetzt hier wieder auf reisen gehen und weiter kann man sich ja schon mal hier gut ausrichten muss es nicht hinter hinterher sein das müsste ja wohl gemacht ich habe schon gedacht ich hätte 2 wie findet ihr eigentlich hier das skillsystem von final fantasy 10 ich persönlich finde es ist 1 der besten skillsysteme die ich je gesehen habe k k k k also ich würde ich jetzt mal auf jeden einzelnen Weg mehr laufen lassen aber wirklich kreisend von überall k ok wenn sie mir nur elektrisch stärke klinge das können wir mal anlegen wie sieht es mit den zerrehen aber ich was wir können wieder den shopping anziehen hier haben wir noch das oder herz schwert der wanderschild aber ihr weiß dass sie da hat so wechselspieler auf jeden fall was bei dir? Harpune? ja du hast auch nichts so besonderes dann wo ist Juna? wo ist Juna? ja das war schon irgendwie klar oh die hätte ich fast übersehen 4000 GIL hätten wir fast mal ein bisschen GIL weggeworfen dann gehen wir mal nachschauen wo die liebe Juna ist ich glaube in halben der Prüfung dürfte sie ja wohl nicht sein oh da ist sie ja das war besser ja oh oh ah morgens was? morgens? don't worry but it's morning yeah I'm so sorry I'm so sorry I'll get ready right away just a moment oh 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 don't worry it's okay I'm so sorry 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 please forgive me really there's no rush here your hair a someone with bad hair what's the world coming to? you could have woken me up you could have woken me up we called to you but with all that snoring what is it today? everyone's picking on me you too sir Orin? once Lady Una fixes her hair we leave Ach ja. Oh, die Chokoborette verlassen auch schon die Gegend. Oh, die Chokobo? Oh, die Chokobo? Oh, die Chokobo? Lady Yuna, I wish you good fortune. Elma, Klasko, let's go. Hey, can I just rest a sec? Okay. Die Situation scheint schon wieder gelassener zu sein. Where to next? We cross the moonflow. Gotcha. Moonflow, baby, here we come. Alles klar. Gut, dann geht es jetzt zum Illuminum. So, dass ich den Stein weggenommen habe. Wieso sind die eigentlich schon als erstes dran? Ach, weißt du was? Komm, du ruf mir die Verdiktion. Dann nehmen wir uns mal die neue Bestie an. Wow. Ich bin ein bisschen beeindruckt. Ich bin Yuna. Pleased to meet you. Alles klar, ich sehe ihn. Easy going. Ja. Der ist moving, der ist weg. Aber die sind echt kein Thema jetzt. Problem ist, dass wir ein bisschen Magie-Schaden machen. Eieraufunken? Kann man mal jetzt anschauen. Macht einen schönen Schaden. Oh, das war's auch schon. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Gut. Jetzt schauen wir uns aber mal hier den Weg an. Richtung Illuminum. Wer ist denn hier? Ich habe immer an seiner Seite gekämpft. Deswegen gehen wir auch zusammen heim. Oh Mann. Oh Mann, ich kann kaum gehen. Oder sehe ich dieses kleinen Kratz aus. Wenn wir zu Hause sind, für die scharste Bürgerwehr austreten. Okay, man kann ja nichts absnaken. Ähm. Ein Hinterhalt. Ja, hier gibt es auch schon wieder ein paar neue Gegner. Zum Beispiel wie diese Giftwespe. Hier gibt es auch keine Raptoren mehr. Hier gibt es jetzt wieder den Wolf. Äh, Weißmagie. Ja, und als nächstes sollte er von Giftigkeit werden. Zack. Ki-Mari. Er wird eingeroffen und ist vergiftet. Oh. Ludo. Ludo ist dran und kann verteidigen. So, you need someone with magic skills. Eigentlich ja. Aber auch gar nicht. Ja, man kann auch ganz kurz was kommen. Zack. Und schon geht es wieder weiter. Oh nein, die kennen wir doch. Warte, 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 warte. Jetzt bin ich schon drin vorbeigelaufen. Und jetzt das Lustige. Hier seht ihr es. Man kann hier so einen alten Bekannten wieder treffen. Können wir von dem eigentlich noch etwas lernen? Nö. Also das, was damals ein Boss war, ist heute hier ein normaler Gegner. Ja. Aber ihr seht schon, das ist jetzt echt kein Problem mehr. Ja, Tidus. Komm halt bitte ran und mach mal das Wunkrot hier weg. Also den da. Juna. Du kannst dich mal selbst heilen. Oh, ich muss einen Scham bekommen. Feuer. Ja... Blöd, hier ist der Tod. Der war vergiftet. Da hab ich ja mal super aufgepasst. Das war ja schon fast nicht. Ja komm, hauen wir kurz rein. Hallo? Ja. Ich hab aber auch keine Bock mehr aufs Küsschen. Juno kann es aber noch kurz rein, um hier Monsieur Tridos, Monsieur Raubcharakter zu heilen. So. Einmal feurer. Können wir noch mal beten. Vielleicht haben wir noch den letzten Rest rauskitzeln. Die Fälle noch. Das machen wir jetzt einfach. Ich fähre einmal ab. Ich fähre einmal ab. Feurer. Einmal abwehren. Und dann drinnen wir das Ganze mal hier, mit dem Saltojenigen. Heh. Top. Sehr schön. da 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 da. Super. Und dann würde ich sagen, sehen wir es beim nächsten Mal. Ich renne jetzt nochmal ganz kurz zum Speiches tat миллиzentig zurück. Ich würde aber zu den Kämpfen fliehen. Gut dann sehen wir uns nochmal beim nächsten Mal bis dahin tschüs 해서. Vielen Dank.